Okay Pikachu, ich wähle dich, los! Pikachu! Pikachu, benutze Donnerflick! Pika-Pi! Pika! Bisa-Floor, oh nein, Gegenattacke mit, was immer du willst, Digga! Warte, warte mal, was? Ich mein, Bisa-Floor, beim Fragezeichen? Ja, was auch immer. Komm schon, Mann! Fuck! Ich mein, Bisa-Floor! Ich weiß nicht, was meine scheiß Attacken sind, Digga! Du bist derjenige, der sich die Scheiße merkt. Ich kassier nur die Schläge für dich. Pikachu, benutze Donnerflick! Pikachu! Scheiße, oh Gott! Mann, das ist, ich mein, Bisa-Floor! Pass auf, mir ist egal, was du verdammt nochmal tust. Ich weiß nicht mal, was... Sag einfach, scheiß Solarstrahl! Ich mein, Bisa-Floor! Egal, mach Solarstrahl. Ja, okay, danke! Bisa-Floor! Ja! Pikachu, solange er seinen Donnerl-Schock auflebt, benutzt er einen Blitz des Lichtes! Pikachu! Oh Mann, was soll ich jetzt als nächstes? Ich freu nicht deine Erlaubnis für den hier. Ich mein... Bisa-Floor! Bail! Oh Gott, mein verschissenes Knie! Das ist mein Knie! Verdammt! Scheiße! Oh Mann! Warum entwickelst du mich nicht weiter, du Arschloch? Weil ich dich liebe, Pikachu! Willst du, dass ich verliere? Ist es das, was du willst? Gott! Boah! Du fütterst mich nur mit Knorpsen! Ich brauche Nahrung! Taurus-Fleisch oder sowas! Wir... Wir töten keine Porkenrollen! Tun wir doch! Wir tun es für euch, ihr scheiß Arschlöcher! Gottverdammt! Fick dich, Mann! Du fuckst ab! Blöder, entwickelter Schwanz! Was machst du eigentlich? Du bist nur eine Sch... Pflanze! Halt's Maul, Mann! Das ist deine verschissene Schuld! Ey, ich hab's nicht mal... Du warst doch derjenige, der einen gemacht hat auf... Oh! Ich muss eine Attacke starten! Du hättest einfach weggehen können! Aber das bist du nicht, du Spast! Also fix, du Lachsnacken! Mein Knie! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Untertitelung des ZDF, 2020